Hey, Killers! Was geht denn bei euch ab? Welcome to the jungle! Get to the chopper! Es geht um folgendes, ich habe drei Spiele für euch, die ich euch schenken will. In Zusammenarbeit mit Fabian. Vielen Dank Fabian, ich habe von ihm die drei Keys bekommen. Er hat gesagt, ja die Keys, ich weiß nicht genau was da drin ist. Einfach mal so randommäßig gucken. Ich weiß auch nicht, was diese Keys beherbergen. Es sind auf jeden Fall Steam-Spiele und... Ah, da ist der Kopf weggeflogen. Die verschenke ich einfach an euch. Fabian ist auch der Kopf hinter Act of Violence. Ich habe die Facebook-Gruppe mal verlinkt, unten. Guckt auf jeden Fall mal rein. Und ja. Hi, bro. Hey, what's the matter, bro? Jetzt sind wir schon zu zweit. Crazy. Stirb, f***er Zau, Junge. Ihr müsst, die einzige Sache, die ihr tun müsst, ist, dass ihr einfach hier... What the f*** is that? Ihr schreibt einfach hier in das Video, ich mache mit. Ich mache mit, Leute. Da muss es im Kommentar stehen, ganz vorne. Was ihr hinten dran schreibt, ist egal, aber vorne, ich mache mit. Ich werde das drei Tage lang hier offen lassen, das Video. Und dann werde ich einfach die Keys an drei zufällige Leute eben auswürfeln und die euch geben. Ich werde es einfach per YouTube-PM schreiben. Touched Power up to collect. Oh. Raketenwerfer oder was? Das hält nicht lang. Das ist... Bum, 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 bum. Geht um die Chopper. 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 Oh, noch mehr. Jo. Bum, 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 bum. Alter, wie krass wir sind, Mann. So viele Leute, guck mal. Ein Flammenwerfer haben wir auch noch am Start. Was für eine krasse Scheiße ist das? Kann ich den Wald abfackeln? Das spricht ja mal nicht fürs Spiel. Wow. Wir haben einen verloren, oder? Oh mein Gott, ein Truppenhaus. Krass. Ey, das Spiel ist ja mal richtig edel, Leute. Kick-Ass, ihr Soldier oder sowas. Ich verlinke es auch mal unten. Und im Video. Guck mal, Alter, die haben no Chance. Da fliegt der Darm weg. Oder die Wirbelsäule oder was? Das Wasser ist noch ein Auge. Jetzt müssen wir resten. Nam, nam, nam. Wow, der Wald brennt doch. Get to the chopper. Chopper. Yeah. Next measure, my fucker. Rescue the colonel. No problem for me. I'm an intruder with a gun. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Yee, follow me, bitch. Ah, mehrere Kugeln auf einmal power up. Geiler Scheiß, Junge. Was, Raketenwerfer? Bin ich so wahnsinnig oder was? Okay, ich nehme auch gleich den Raketenwerfer an. Dann geht es richtig rund. Dann geht es rund ohne Ende. Ey, ich spiele schon geil hier. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was bei diesen Gratisspielen eben enthalten ist. Es kann alles sein. So wurde es mir zumindest gesagt. Also, wenn ihr Glück habt, ist es was weiß ich, was gut ist. Und wenn ihr nicht so viel Glück habt, ist es halt was nicht so gut ist, ne? Aber ich sag's mal so, mit dem Geschenkengaul guckt mal nicht ins Maul, nicht wahr? Oh! Alter, guck dir mal mein Regiment an. Kotzenbröcke kann ich schießen, Alter. Wie krass ist das denn? Okay, also wir holen Sergeant Dödelknödel. Okay, wir haben ihn, Colonel Stone. Guck mal, irgendjemand schießt mit Granaten. Wow! Wir können nicht so weit schießen, die aber auch nicht. Guck mal, wer kann weiter schießen, die hier, oder? Attacke! Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr! Ja, Power-Ups! Oh mein Gott! Ah, die muss ich aufheben, oder was? Mit meinem Hauptmann? Oh yeah! Private First Class! Continue! Attack! Destroy the Kilos! Oh mein Gott! Da, 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 da! Nein, der hat meinen Maid gekillt, die Schweine! You Swains! Guck mal runter von deinem Hohen Thron, okay? Ich hoffe, ihr seid keine Bösewichte. Die hauen mich! Die hauen mich einfach, Mann! Guck mal, sie mich hauen! Ich bringe ja nur sehr ungern unbewaffnete Leute um, aber es macht schon Spaß. This game is so manly! Ja! New rank! Corporal! Rescue Blondie! Oh, eine Frau! Mmh! Ach, lecker! Hey Blondie, ich komme dich rescuen, okay? Okay, Private! Help me, Private! We get Blondie, Private! We got Blondie, Private! Alter, wie sie Blondie angefasst haben! Oh, guck mal! Bah, bah, bah! Okay, Blondie ist fast tot, scheiß die Wand dann. Blondie died! No! No! Okay, wir haben Blondie wieder am Start. Blondie ist schon leicht verletzt, schon stark verletzt. Ach so, ich muss mit ihr reinlaufen dann. Alles klar. Wir rushen einfach durch. Oh, guck mal, die Granaten! Blondie geht's noch super. Der ist der Chopper! Der tut der Chopper! Oh, yeah! Oh, wir haben Blondie verloren! Guck mal hier, die Toiletten, krass! Und da oben duschen, so ein bisschen nichts von meiner Massaker hier. Oh, 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 oh! Hallo? Guck mal da oben, der Generale! Guck mal ran, mein Freund. They got no fucking chance against us. Schon krupp, das Spiel ist schon krupp. Da ist er schon. Generale! Oh! Alter, wie er ran geht, der General! Wie er ran geht, aber nicht mit mir! Aber ich bin's auch nur auf easy, muss man schon zugeben. Oh, guck mal, ich kann mich upgraden! Das ist ja wohl eine Frechheit, dass ich das nicht weiß, all die Jahre lang. Ich will die Frage. Nun, ja, Kick-Ass-Kommandos! Geil! Macht auf jeden Fall mit, ja, gewinnt diese drei Spiele. Natürlich geht nur ein Spiel an jeweils eine Person. Also nur, um das nochmal erwähnt zu haben. Vielen Dank nochmal an Fabian, gell? Dankeschön! Act of Violence Facebook ist unten verlinkt in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein. Und ich bin raus! Ich bin raus!